Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück zu, ähm, Stadu Valley. So, ähm, wir gehen natürlich hier in unseren Kroxodus zurück. Ab auf die Farm! Und ich weiß, ich verstehe, ich werde nie schlau aus meinem Mikro, warum das immer so komisch ist. Das heißt ja zumindest aus meinem Popschutz, dass der immer so ein bisschen, äh, so ein bisschen zickig ist. Und, uh, uh, richtig schön viel fertig. Nice! Auch Marmelade, oh, Honig. Ich glaube, den Honig könnte man sogar gleich dann abgeben. Also, nicht unbedingt jetzt sofort, aber demnächst. Unsere Hoh haben wir ja schon. Wieder. Ich glaube, euch muss ich so, ja. Zack, 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 zack. Da wollte doch, ähm... Uh, ich... Sonnenblumen sind schon nice irgendwie. Da kriege ich voll viel fürs nächstes Jahr zusammen. Da habe ich ja schon was, äh, Samen für nächstes Jahr. Uh, nice, nice, nice. Zack. Ey, 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 richtig viel fertig. Richtig nice. Ähm... Da ist noch Mais. Aha. 21 Sonnenblumen, äh, Samen. So, für nächstes Jahr eigentlich schon mal richtig top. Ähm, wir... Ich... Müssen dann eh erst mal. Ich schmeiße jetzt mal das alles hier mit rein. Bis auf das eine Korn, weil ich glaube, das könnte ich vielleicht nochmal brauchen. Heute. Wenn die Energie ausgeht. Ähm... Bock-Joy. Und Weed, würde ich jetzt noch sagen. Vier Tage. Das haut noch ganz gut hin. Die restlichen werden wir nicht mehr ansetzen. Sonst haben wir eigentlich nichts... Was... Noch im Herbst, äh, angesetzt werden muss. Erstmal alles wieder schön auffüllen. Oh, da ist noch ein Mais. Noch ein Maiskolben. Oh. So. Hier noch ganz brav. Hier noch. Irgendwie gleich die Befürchtung, dass unser... Weed nicht reichen könnte. Wir haben ja jetzt noch... Was hab ich denn hier eigentlich? Updated Journal. Oh. Raising Animals. Hier, da hab ich noch... Haben wir da Hühner gekauft? Ich glaub nicht. Ach, das ist jetzt fertig. Das ist jetzt fertig. Wir haben noch keine Hühner gekauft, oder? Nein. Wir müssen eh noch, äh, runter dann Hühner kaufen, äh, und einen Heater kaufen. Und... Das allererste, was ich dann im Winter machen werde, ist die Geese-Ganne upgraden. Das allerallererste, was ich da mach. Und schauen, dass wir die recht schnell... Also im Winter werde ich mal hauptsächlich wirklich in die Richtung Mine gehen. Da werde ich mich mal durchzwängen durch die Mine. Ich hoffe, wir kommen auch ziemlich weit von... Also ich denk schon, dass wir die 120 knacken, aber... Ähm... Mehr so... Ich hoffe, wir schaffen ziemlich viel Eisen und das ganze Zeug ran. Oh, kein Wasser mehr. Oh. Ja. Wolle ich nochmal schnell zwei Weizen. D-d-d-d-d-d-d. Dok, dok. Die kann ich nach unten noch hinsetzen. Wir haben jetzt noch sieben Tage. Das heißt, das wird das letzte sein, was wir diesen Winter anpflanzen. Äh, diesen Herbst anpflanzen. Dann sind die sieben Tage auch schon rum. Sind die sieben Tage auch schon rum. Ich versuche über den Winter dieses Mal... Also ich versuche über den Winter so viel wie möglich an Erzsitzung zu bekommen. Weil da können wir ja jeden Tag eigentlich runter gehen. Oh, da war noch eins. Okay, dann brauche ich sogar noch eins. Nochmal einweizen. Das hat sich versteckt. Ähm. Oh. Versuche ich in, ähm, viel Eisen und, äh, meine... Ich versuche über Winter. Meine Werkzeuge abzugraden. Hochstoffe zu holen. Und so viel, äh, Material für Sprenkler zu sammeln, wie viel ich brauche. Und zwar für die Advanced Sprenkler. Da brauchen wir ja hauptsächlich Eisen und Gold. Quarz haben wir ja schon ein bisschen was. Das heißt, das wäre mal nicht so tragisch. Und dann würde ich auch anfangen, das Feld zu gestalten. Über Winter. Äh, halt, äh, nicht das Feld zu gestalten. Doch, passt schon, das Feld zu gestalten. So ein bisschen zu planen. Ein bisschen weiter die Farm zu planen. Weil das Feld hier wollte ich zum Beispiel gar nicht so weit nach unten ziehen weiterhin. Sondern es ist mehr ein bisschen nach links. Schieß doch nicht immer... Zehnfach das Gleiche. Das nervt mich. Zucker sehr. Vogelschirchen brauchen wir auch noch ein paar. Ähm, ich füll gleich mal auf und dann mache ich hier weiter. So. Zack, zack, zack. Äh. So. Hab, hab. Und hier noch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben irgendwo auch den Rare Seed eingepflanzt. Ich weiß gar nicht wo. Kein Wasser mehr. Ähm, hier noch. Ähm, hier noch. Dein mal auffüllen. Wird eh nicht reichen. Die sind so schön neben einem kleinen Teich. So, hier. Noch. Zack. Das letzte Eck noch. Oh, da hat einer geklaut. Stimmt, da hat ja einer geklaut. Und zack. Auffüllen. Hat sogar noch gereicht, die Energie. Schon nie zu. So, ähm, jetzt haben wir schon wieder vier Uhr. Das heißt unten... Mane hat zu, oder? Der hat schon zu. Wir könnten auch mal schauen, wie es leer ausschaut. Lea könnte mal wieder, ähm, was schenken. Das heißt, wir könnten uns gleich mal auf, äh, Richtung Lea gleich mitbewegen. So. Die können wir ja noch nicht fällen. Da ist sie ja noch zu schwach. Ich glaube, da brauchen wir auch Eisen für. Mane wird schon zu haben. Hundertprozentig. Oh ne, Mane. Mane! Ich hätte gern die Hose. Mane hat schon zu. Schauen wir mal, ob unsere geliebte Lea denn schon hier ist. Le... Lea ist nicht hier. Wir können mal wissen, was passiert, wenn man im Haus bleibt. Bei jemandem. Einfach drin stehen bleiben. Mane! Ich wollte ein paar Hühner kaufen. Ihr hört uns nicht, dafür müssen wir so schreien. Alter, räumt doch mal euren Garten auf, Mann. Wir wissen ja, wo Lea sich rumtreibt. Haben wir ja gefunden, das letzte Mal. Äh... Und die Frage ist, war das auf welcher Seite vom... Ach, da drüben. Wir müssen über die Brücke. Ähm... Miet. Wir müssen über die Brücke. Quatsch. Nicht zum Schmied. Hierher. Lea... Guck mal, ich hab was für dich. Oh, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. So. Geht da noch ein Herz hin? Nein, ist noch nicht. Geht noch nicht. Gärt nix? Ist... Gärt nix. So. Ähm... Wir haben noch ein bisschen Zeit. Boop. Dun, dun. Dun, dun. Dun, dun. Ne, bei mir vibriert hier ständig was. Oh, das ist mein Tablet, weil das steht auch grad mal da. Beide. Salmon. Haben sogar noch ein wenig Energie übrig. Zack. Ah, der Controller vibriert. Aber die anderen zwei auch. Eier. Normalerweise hängt der ja hier oben knapp neben der Kamera so. Und daher kriege ich das nicht so mit. Aber der ist grad unten, weil ich gestern ein bisschen ein etwas älteres Spiel mal wieder installiert hab bei mir. Das, was ich sogar ein bisschen mit dem Livestream spielen wollte. Ähm... Aber in meinem 24-Stunden-Stream... Aber in meinem 24-Stunden-Stream... Smallmouth-Bass... Salmon. In meinem 24-Stunden-Stream... Wollte ich das, äh... Spielen. Ja, wir sind noch vor dem 24-Stunden-Stream. Ich nehm zur Zeit grad ein bisschen auf. Einfach... Ich höre Musik im Hintergrund. Ihr zum Glück nicht. Extra schaut. So, ähm... Nein, ihr hört nichts. Gut. Höchstens, wenn ich rede. Weil die Musik ziemlich laut ist! Ich glaub, es hört sie grad nicht. Ja, ich hab ein bisschen Schnupfen erwischt jetzt noch mal die letzten paar Tage, wo es noch mal so... Zack! Noch mal Schnee. Ey, fick dich, ey! Fick dich! So, wir fangen gleich... Wieder damit an. Einmal alles... Gießen. Ich hätt gern vor dem Winter schon noch mal ein bisschen. Äh... Ernte. Ist jetzt so Endspurt. Dann müssen wir noch ein bisschen Geld samt bekommen. Dann müssen wir echt noch ein bisschen Geld samt bekommen, um den Winter überhaupt zu überleben. Dann... Sonst haben wir da echt ein kleines Problemchen. Nein! Ich würd sagen, erstmal Gießkanne. Die ist so ein bisschen das Wichtigste. Die ist nicht nur ein bisschen das Wichtigste, die ist... Oh, das ist auch schon fertig. Kann ich zwei, vier, fünf... Fünfmal nochmal Weizen holen. Das klappt sogar noch. Fünfmal Weizen. Ja, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Aber nicht mehr allzu viele. Deswegen Weizen so zum Schluss. Vier Tage ist gut... Äh... Gut, äh... Umsetzbar. Das wächst nämlich ruckzuck. Vier Tage und zack, fertig. Das wächst nämlich echt ziemlich schnell. Glück. Naja, vier... Sechs Tage hat er, ähm... Der Herbst noch. Dann ist er auch schon vorbei. Ich würd sagen, wir gehen gleich mal runter zur Marni. Okay. Oder wir machen das einfach im Winter. Dass man vielleicht noch... Oh. Naja, wir gehen gleich mal runter zur Marni, weil wir das Feld hier haben. Gucken mal runter. Gucken mal runter. Vier Hühnchen, glaub ich, passen da rein. Vier Hühnchen. Kaffee. Ah, steht mein Kaffee. Hier steht mein Kaffee. Mhm. Dann merkt ihr mal, wann ich hier aufnehme. Okay, mein Kaffee steht immer da. Aber es ist doch noch ziemlich früh. Oh, scheiße. Hallo. Die ist nicht da. Ich hab extra runtergelaufen und die ist nicht da. Ich hoffe nur, dass jetzt der Bossbote nicht gleich kommt. Ansonsten muss ich euch mal für... Sekündchen oder so alleine lassen. Ich krieg nicht heute ein Paket. Das hab ich ganz vergessen. Ich krieg jetzt gleich ein Paket. Zwischen 10 und, äh... 1 Uhr. Dann würd ich sagen, wünscht mir Glück. Ich kann ja hier mit OBS nicht wirklich schneiden. Weil er da irgendwelche Problemchen hat. Immer ohne Soundspur. Da seht ihr mich zwar reden, aber ich mach nichts. Also, ihr seht meine Mundbewegungen. Aber ihr hört nichts. Also die ganze Tonspur ist dann weg. Irgendwie. Keine Ahnung warum. Ich hab schon mal geschaut, ob es da vielleicht dran liegt, dass, keine Ahnung, Update irgendwas nicht passt. Updates technisch ist aber alles... Also ich hab extra nochmal ein Update gemacht. Auf meinem AVS war auch ein Update da. Und OBS hab ich auch mal ein Update gemacht. Also mal eine neue Version runtergeladen. Aber alles hat gepasst eigentlich. Hm. Wenn ich's auf YouTube hochladen, hab ich ja auch meine Soundspur. So. Schatz, falls der Postbode kommen sollte, gehst du dann runter. Ha? Den was? Den hat er immer noch nicht gemacht? Doch. Aber? Die andere Seite. Aber die... Geht der wohl nicht, der Sattel? Ja, dann normalerweise, wenn der noch geht, muss man eigentlich nicht machen. Ah. Ach so. Ja, ich nehm jetzt hier noch ein bisschen auf. Ja, ich... Ich hab noch einen Tag zu machen. Den und einen. Wenn der Postbode dann kommt, dann wirst du schon noch da sein, oder? Gehst du gleich? Um 11.15.10 Uhr. Um 11.15.10 Uhr. Schau mich mal an, ich brauch noch. Äh. 11.15.10 Minuten. Ähm. Marni, bist du jetzt da? Alter! Reiß ich dir jetzt den Pilz aus dem Garten? Bläh, 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 bläh. Immer diese Frauen. Immer diese Frauen. Marni ist nicht da. Sie lässt mich im Stich. Darfst Nitz noch? Nitz ist auch anstrengend. Lea versteckt sich immer, muss immer so weit laufen, um ihren Salat zu bringen. Ja. 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 Jetzt ist Lea auch nicht da. Alter. Ist heute irgendein Festival, was ich verpennt hab? Nö, du bist da. Hast du Lea gesehen? Alter. Geh mal weg hier. Was sind die Mädels? Lea! Ich hab ein paar wilde Pilze dieses Wochenende gefunden. Schön. Ich hab einen Salat für dich. Oh, das ist genau das, was ich mir gewünscht hab. Also, man kann ihr auch Wein schenken. Aber, ja, Wein halt. Ähm, da haben wir ja ein bisschen was... Uh. Alter, was machst du mit der Katze? Ach, du gibst dir Leckerlis. Ah. Gibt's auch irgendein Festival? Ja, am 27. Das ist blöd. Das ist Eve. Ui. Ein Zug! Hi. Spicy Eel. Ist ja auch cool, irgendwie. Kaffee! Das wär doch genau das Richtige für mich. Kaffee! Aber es bringt aber nichts. Außer den einen Speedboost. Ach, jetzt weiß ich, warum ich immer so schnell bin. Ich hab einen Speedboost durch den Kaffee. Warte mal. Meine Anzahl der Kaffee... ...müsste ich Lichtgeschwindigkeit haben. Okay, ich trinke ja auch meinen Kaffee. Nicht schwarz. Die Milch dämpft es ein bisschen. Ich seh nur... Ich seh nur so im Augenwinkel eine Katze. Nee! Ach, wir hätten doch ein wenig angeln können. Wir haben erst 5 Uhr. Ach so, Marni, 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 Marni. Schau mal hier. Äh. Was? Nice, wenn man kein Werkzeug ausgewählt hat, geht nix. Wolltest du nicht? Chaos Daylight hier. Bunch of Amarad. Ähm. Hier. Das haben wir doch noch für Marni, weil wir die ja eh zur Zeit suchen. Dann mach ich jetzt einmal ein Nickerchen. Es ist ja warm draußen, ja? Es ist warm draußen, ja kann ich nichts für. Schau mal auf die Uhrzeit. Schau mal auf die Uhrzeit. Ja. Es ist warm. Kurz vor elf. Es ist warm. Vor noch mich... Was jetzt? Was ist denn krass? We- 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 Weiß da? Schau wieder so eine Krähe. Vorhin. Oh, mir ist es kalt und jetzt ist es warm. Was jetzt? Ich muss jetzt sagen, mach halt einmal die Fenster auf den Kopf. Das war mir vielleicht rein. Aber so zickig wie du bist, kommt es nicht rein. Das rennt schreiend davon. Das hat Angst vor dir. Ähm... So... Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Und dann kriegst du auch dein komisches, äh, Amarad da. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das überhaupt? A- A purple grain could be by an Asian civilization. Purpurnus Gras? Also... Lila Gras? Bei einer... Okay. Ich würde ja gerne mal wissen, was mit dem Rare Seeds da... Mit dem Rare Seeds... Äh... Mit dem Rare Seed hier. Das ist der. Das ist irgendwie das Einzige, nämlich. Deswegen behaupte ich jetzt, dass es der auf sich hat. Oh. So. Braucht ein Jahr zum Wachsen. Müsste ja nächstes Jahr im Herbst fertig werden dann. Müsste dann nächstes Jahr im Herbst fertig werden. Zack, 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 zack. Oh, wieder kein Wasser. Ich würde sagen, wir bewegen uns wieder, wenn wir das Feld hier fertig haben. Mal zur Marni. Vielleicht ist sie auch mal zu Hause. Hat Wupp gemacht. Das heißt, es müsste irgendwas fertig sein. Wenn es Wupp macht, ist eine Katze umgefallen. Hat nochmal Wupp gemacht. So. Ich glaube, Kupfer müssten wir jetzt sogar noch genug haben, um die Gießkanne gleich an ein Upgrade zu verpassen. Zack, 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 hopp, nein, kein Wasser mehr. Gleich mal ab zur Marni dann. So. Noch das letzte Eck. So, und ab, runter zur Marni. Ich will doch nur vier Hühnchen kaufen, Mann. So, Mädel, so kannst du keinen Umsatz machen und kein Geschäft führen. Da gehst du doch ruckzuck pleite. Wobei, sie hat ihre eigene Türchen. Alter, Marni, wo bist du? Closed for the day. Die Frau. Die Frau macht mich fertig. Na, nicht du. Du verkaufst ja keine Hühnchen. Alles auf sich. Die Frau macht mich echt fertig, ey. Ich will doch nur Hühnchen kaufen. Dann gehen wir mal rauf zu Robin. Nehmen wir mal Stein und Ding wieder mit. Und dann kaufen wir uns halt noch einen Coop. Ne, einen Barn. Einen Barn. Oder können wir uns einen Big Coop mitkaufen. Zack, ich stelle die einfach schön danebeneinander hin. Ah, unsere Marmelade ist fertig. Uh, nicer, nicer. Zack, 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 zack. So, und flup, noch einmal auffüllen. Dann kaufen wir uns noch einen Barn für einen Kühe. Für Mokus. Kühe. Füttel. Kaufen wir uns da noch. Dann können wir hier, nämlich, du bist im Schlafzimmer. Du fönst im Schlafzimmer. Ach so, ja, okay. So. Toc, 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 toc. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, hier oben noch. Yay. Fünf Marmelade wieder. Uh, wir haben schon zehn Marmelade. Ähm. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ich nehme jetzt einfach mal Stein, Holz mit. Clay, ich glaube, Kuppa, 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 Kabana. Äh. Brauchen wir Kuppa dafür? Ich weiß es nicht. Nehme ich einfach mal mit. Steinklay, Kuppa. Wir haben wenig Stein mit. Ich nehme nochmal ein bisschen mehr Stein mit. Wir haben nicht mehr Stein. Oh, shit. Das ist jetzt schlecht. Ey, das fühlt sich so komisch an, was mit meinem Mit dem Loch im Zahn da gerade Also halt Durchgebohrt Wo war zur Hölle seid ihr? Alle Sorry, closed for the day I'm at Carillon's place Ihr seid bei der Arme War die nicht immer mittwochs? Oh, Lostberg War die nicht immer mittwochs? Da gebe ich derer wenigstens ihr Arme Rat Die machen mich fertig Die machen mich fertig, 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 fertig Die Mädels Hat Lea, hat jetzt ihr zweites Zeug Die Lea ist wenigstens nicht Das einzige Einigermaßen auffindbar Mane Ah, danke, dafür Danach habe ich gefragt Vielen, vielen, vielen Dank Vielen, vielen Dank Meine Kühe lieben es Okay Gerne geschehen Und morgen Mane Will ich vier Hühnchen haben Eins Zwei Drei Vier Muss ein bisschen langsamer sein Vier Hühnchen Hast du das verstanden? Und Penny Ich hätte gerne in den Barn Penny haben wir erst einmal nicht gefunden Ei, 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 ei Wir hätten noch ein bisschen Energie Jetzt laufen wir wieder zurück Einfach an den Fluss Ei, ei, ei Schmeißen unsere Angel aus Ich muss da meinen Controller mal auf Rauf Rauflegen Weil das Ding vibriert schon ganz schön knackig Hier unten Alter, der vibriert ja immer noch So, jetzt ist er wieder neben der Kamera Tiger Trout Wieso vibrierst du da oben nicht? Oh, da kriege ich das noch nicht mit Warte mal Salmon Der vibriert da oben nicht Echt nicht? Hä? Ich, ich Hä? Ich verstehe jetzt nicht Warum vibrierst du da oben? Bream Warum vibrierst du da oben nicht? Aber da, wenn du da legst Hä? Also, dass es irgendeine Station ist, wo man draufsteht Das kann es auch nicht sein, weil Ich den auf meinem Bildschirm draufstehen hab Einfach so draufgekloppt hab Das Kabel geht einmal so in den Bildschirm rum Und oben Dann So neben der Kamera liegt der Controller Einfach damit das Kabel schön auf Äh, aufgeräumt ist mit Und nicht im Weg liegt Wir räumen jetzt nochmal alles in die Kiste Ich will aber auch nochmal in die Höhle schauen Achso, Seaweed haben wir auch noch Ähm, das Nein Das wollte ich einmal hier runterlegen Weil ich morgen doch, wenn es geht Mal in Richtung Penny und Marni gehen möchte Und noch Partierchen holen Uh Hey, wir haben mal so ein Purple Mushroom Ich glaub, die brauchen wir auch Die brauchen wir auch Die brauchen wir auch Die brauchen wir auch Ich nehm mich noch mit Die brauchen wir auch Die brauchen wir Die brauchen wir Die Bubble Mushrooms brauchen wir Da bin ich mir ziemlich sicher Außer wir haben dann schon abgegeben Dann brauchen wir nicht mehr Und zack Und wir gehen ins Bett Es regnet Ich bin noch müde Mach jetzt mal einen Kaffee Scheiße Scheiße, ich hab keinen Kaffee mehr da Mist So, ähm Falls dir die Folge gefallen hat Würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen Und wenn du unten auf dem Abo-Button drückst Dann kriegst du Und verpasst du auch keine meiner Stunny Rallye-Folgen mehr Oder Minecraft Mad Max Wir haben hier viel Alles auf dem Kanal Auch Fallout Man sieht sich Tschüss Tschüss Ich bin noch müde Sag ein Schraus Und der